Radio SAW deckt auf. Die kleinen Geheimnisse des Alltags. Der Herbst ist die Zeit, in der Wildtiere in den Liebesrausch verfallen und gerade in der Dämmerung mit getrübten Sinnen durch die Gegend rennen. Da hilft erstmal nur eines, runter vom Gas und auf gefährdeten Straßen immer bremsbereit sein. Dazu, wenn möglich, Fernlicht an. Solltet ihr ein Wildtier am Straßenrand stehen sehen, rechnet immer damit, dass es noch im letzten Moment genau dahin läuft, wo es nicht hinlaufen sollte. Nämlich vors Auto. Dann sofort abblenden und hupen. Ist die Kollision absehbar, hilft nur noch eines, voll auf die Bremse und zwar so kräftig es geht. Der Versuch auszuweichen ist die schlechtere Idee und geht fast immer schief. Wenn das alles nichts gebracht hat und es doch zum Unfall kommt, dann müsst ihr die Polizei holen. Das verwundete oder tote Tier einfach liegen lassen und wegfahren, das geht gar nicht. Wenn ihr die Tiere von der Straße schaffen wollt, dann bitte mit Handschuhen. Füchse zum Beispiel können nämlich Krankheiten übertragen. Radio SAB deckt auf. Gibt's auch als Podcast. Und zum Nachhören in unserer App oder auf radio-sab.de.